hallo leute servus jo jo es wird weihnachtlich es wird weihnachtlich ja auf jeden fall gibt es morgen wieder musik und wir haben einen gast dabei den martin fitzturm den kennt ihr bestimmt alle von eosonic radio westufer ostufer der kommt bei uns vorbei ich sitze im auto er macht auch vorher einen ostufer live bei uns und wir freuen uns und danach machen wir noch was ganz schönes und hoffe ihr seid alle mit dabei warte mal ein bisschen höher ja alles klar dann bis morgen nils sagt doch auch mal was dazu vielleicht morgen wird vjs kam much love my heart much love my heart